moin leute herzlich willkommen zu einem traurigen video da wir wir sind gescheitert in minecraft town 1 zumindest alle tiere sind gestorben je alle dorf wurde sind gestorben je und deshalb werden wir hier das let's play es hat uns sehr viel spaß gemacht dennoch könnt ihr euch auf einen weiteren teil freuen minecraft town 2 wird schon sehr bald beginnen und deshalb schaut euch mal vorbei